Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Jo, und das Spiel haben wir schon relativ gewisse. Ich habe das Spiel schon über eine Woche, glaube ich, nicht gespielt. Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern. Aber seit dem Computer Upgrade oder Downgrade, wie man es nennt darf, auf Windows 11, habe ich das Spiel, glaube ich, nicht mehr gespielt. Also ich kann mich irren, tu mir selten der Wahrheit entsprechend. Aber wir sollen ja hier Nadel aufsuchen. Einen Nadel mit Faden und der ist knappe, wenn es stimmt, 58 Meter entfernt. Und dann holen wir den Luchs mal und schauen uns das Ganze hier von Nahem an. Der Copper Regatta Markt. Ich zeige den Händlern etwas Silber. Das sollte ihre Aufmerksamkeit erregen. Den Händlern. Eine Betrunkene brauche ich nicht. Hallo meine Gute. Ich habe so viel Silber, dass mein Schiff zu sinken droht. Hilfst du mir es auszugeben? Sei leise, ja. Man wird dich umbringen, wenn du so angibst. Vor allem in dieser Gegend. Was bringt ein Markt, wenn ich mich nicht an den Ständen umsehen kann, um meinen Gewinn zu verprassen? Du willst deinen Silber loswerden? Versuch es in den engen Gassen. Jetzt verschwinde! Man will Geld loswerden und die, die... Die wollen es gar nicht, ne? Betrunken an Glocken, nö, möchte ich nicht. In den engen Gassen. Warte mal kurz. Ärger beim Lager? Was meinst du mit Ärger? Warte mal kurz. Ärger beim Lager? Warte mal kurz. Ärger beim Lager? Konzentrier dich. Eben gab es noch Ärger beim Lager. Was meinst du mit Ärger? Wo ist denn das Lager? Die Nadel verlangt nach mehr Schutz. Warte mal kurz. Kann ich hier nicht rein? Bin ich doof? Ich bin doof, ne? Ja. Hallo. Oh, ich wollte wirklich was kaufen. Na, sieht man an. Kann ich holen, wenn du magst. Oh. Eine gute Entscheidung. Immer her damit. Und der Rest benötige ich nicht, ne? Leichte Pfeile. Gut. Eine Pfeile kriegst du überall leer. Mehr brauchst du nicht. Nö, danke sehr, bitte sehr, ne? Wir sehen uns bald wieder. So. Ähm. Ja, jetzt können wir uns upgraden. Wo ist denn das Lager, ne? Wo ist denn das Lager hier? Äh. Äh. Ne, wollte ich nicht. Legende. Gibt's hier irgendwie für Lagerorten eine Legende? Irgendwie irgendwas. Keine Ahnung. Händler? Ne. Okay. Orlog-Style-Markt. Guten Markt will ich nicht. Aber. Haus des Beraters. Der Markt. Der Hafen. Gut. Lager und Hafenspeicher. Vielleicht. Kommt das etwa hin? Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht sicher, aber die Nadel verlangt nach mehr Schutz. Wir treffen uns nach Sonnenuntergang. Dann gehen wir gemeinsam zu ihm. Diese Wachen kommen wieder, wenn es dunkel ist. Vielleicht führen sie mich direkt zur Nadel. Ähm. Hier konnte man auch irgendwie, äh. Ich weiss gar nicht mehr wie, aber hier konnte man irgendwie warten, ne? Ähm. Bin ich grad doof? Ne. Fotos will ich nicht machen. Ähm. Ah. Länger gerückt halten. Okay. Alles klar. Ging das hier in dem Spiel? Ich weiss es nicht mehr. Sorry. Ich bin da ein bisschen durch. Oh. Es gibt noch mehr Upgrades. Oh. Oh. Noch mehr Schaden. Oder war das ne Fähigkeit? Nö. Ja. Aber bänden kann man das Ding nicht, ne? Ja. Da sind sie. Ja. Untertauchen. Cool. Mein Freund, ich besitze einen Haufen Silber, der mir ein Loch in die Tasche brennt. Ich habe... Dankeschön. Halten nach, äh, mit schwarzen... Stoffumhangenden Ständen... Mann, ich bin gerade... Ich bin gerade... Ich lese drei, viermal die Sachen gleichzeitig und habe es nicht mal im Kopf, ne? Halten nach mit schwarzen Stoffen, Ausschau, äh, ja, Ständen... Wachen, sind nachts auf dem Markt. Ja, die sind auf dem Markt, ne? Die sind super. Mit schwarzen Stoffen behangenen Ständen. Sind fast die Schwarz? Keine Ahnung. Ne, die sieht nicht so aus. Ist halt nur irgendwie ein... Keine Ahnung. Irgendein Plunder, Geplündere, Gedingsebumse. Ja, aber wir kennen uns ja aus, ne? Der hat immer einen Schlüssel dabei. Wir verstecken uns mal in der Runde. Der kann auch hier... Der kann ruhig kommen. Perfekt. Perfekt. Ups. Wollte ich nicht. Entschuldigung. Was ist das Reit hier rufen? Oh Mann, das Reit hier macht ja alles kaputt. Inklusive wir. Also, wir haben es auch kaputt gemacht. Aber... Und Reit hier macht es noch einmal kaputter? Kann man das so sagen? Kaputter? Keine Ahnung, ne? Ist der doof? Ist der doof? Nein, ich wollte ein... Ich wollte nur mal einen Spezialangriff machen, ne? Nicht so ein Billo... Oh, Kackangriff. Ups. Aber so geht es hier auch. Also, ich wollte wirklich einen aus dem... Aus dem Hinterhalt, ne? Kloakenschlüssel. Mh, lecker. Oh, null Pfeile. Kacke. Ja, ja, Geduld. Och, die haben... Leider Gottes. Geknackte. Was für Odin? Ups. Guck mal, Kois. Diese Wache hier ist... Auf dem Markt. Na, ich denke mal, wir müssen da jetzt mal rein in die Bude, ne? Und gucken, was da los ist. Du versteckst dich unter den Retten, was? Das passt ja. Ja, nehmen wir mal alles mitten rein. So, ne gute Bude. Und dann geht's mal runter. In die Kloake. Also, wirklich in die Scheiße hier. Von der Fackel, die wir mitnehmen dürfen. Jetzt müssen wir sie aus der... Aus dem Arsch ziehen. Ja, so kann man es sagen. Aus dem Arsch ziehen. Wir ziehen die Fackel aus dem Arsch. Ja, und wo sollen wir denn hin? Es muss einen anderen Zugang geben. Jo, den hier nach oben. Ups. Entschuldigung. Ist denn für Stockern oder Stottern? Dann haben wir jetzt den Ausweg, ne? Oh, doch, da können wir hoch, ne? Da sehe ich schon, dass das geht. Der Klang von Metall. Eine Werkstatt in der Kloake. Was treibt die Nadeln nur? All das Silber hier. Teilweise noch verpackt. Ich frage mich, ob es auch eingezogen wurde. Sie schmelzen das Silber zu Barren und Münzen. Ja, wenn ich das wüsste hier, dann müsste man nicht angreifen, ne? Du bekommst dein Silber nächste Woche. Versprochen. Bitte, tu das nicht. Das ist ein Missverständnis. Mehr nicht, ich zahle. Du hattest deine Chance. Nein. Hallo. Jetzt herrscht ein Durcheinander, ne? Kollege hier Okay Das sind nur Holzschülle, die kriegen wir offen Sehr gut hin Ey Und da gar kein Schütt Noch besser Aber das ist ein schneller Typ, ne? Gut Nenn ist, ähm Nicht grad Schnell Oder schnell ist nicht gleich schnell Wie viel haben die hier eingeschmolzen, ne? Schlüssel des Kloakenraums Aber für das, dass hier, sag ich mal in Anführungs-Schlusszeichen, eingeschmolzen wurde Gibt's hier noch, äh Sehr viel anderes Zum Beispiel eben Weinfässer Ob die jetzt voll sind oder leer Kann ich nicht beurteilen Kann ich jetzt echt nicht sagen Aber Mh? Nicht sagen, geht's oben drauf Kostenlos, ne? Hey Kollegen Überrascht mich nicht, dass du dich hier unten herumtreibst Du? Du hast hier nichts zu suchen Wir führen einen ordentlichen Hafen in Jovorvik Das waren deine Worte Und doch schwimmst du hier im Silber von all den Waren, die du angezogen hast Bist du die Nadel oder nur ein weiterer seiner Schergen? Du weißt gar nichts Glaubst du deine Männer könnten mich aufhalten? Ich halte es nicht für möglich Die Rote Hand ist uns treu ergeben Das ist mehr, als ich von den Händlern behaupten kann Verhalt euch Wir treffen uns auf dem Marktplatz, wenn ihr fertig seid Ja, ich glaube, dafür müssen die Leute noch ein bisschen schneller auf dem Bein sein, ne? Hey Upsa Ähm Darf ich mal kurz, bitte sehr Oh Das geht relativ bis hier, ne? Ich habe irgendein Gefühl, dass jetzt unsere Ohren im Spiel Leiser geworden sind, ne? Hm Kann mich auch irgendwie täuschen Keine Ahnung Da haben wir den Wolf, ne? Upsa Oh, warte mal kurz Hier Perfekt Ja Pfeile Ähm Wie geht's? Au Oben rüber, ne? Stell die Nadel auf Ja Tschüss Komisch Können wir hier irgendwie durch? Doch, guck mal Oh Ist ein neuer, ne? Oh, ist ein Trauerbringer Das soll ja gewissentlich relativ stark sein, ne? Ist auch Also so ein Special Move von uns Nicht viel Schaden Das ist, äh, offenkundig Oh So ein Feuer gefangen Ups Ja, kommt hin, ne? So eine Pfeilhorde Ne, Horde Doch, Pfeilhorde Ja, aber auch hier ist ne kleine Oh Ich dachte, das wäre der Kollege Entschuldigung Darf ich die mal? Ah Entschuldigung Ich muss doch Du, du gehst nicht weiter, ne? Oh je, oh je Da haben wir uns Weiß die Blisten umgebracht Das sieht zwar keiner da unten Aber im Herzen tut's weh Und wir sehen uns Im nächsten Bis dahin Einen wunderschönen Tag